Applaus Die Landeskampagne Klagenfurt, kurz EGLDCK genannt, wurde im Jahr 1999 gegründet. Die Landeskampagne Klagenfurt, kurz EGLDCK genannt, wurde im Jahr 2000 gegründet. Die Landeskampagne Klagenfurt, kurz EGLDCK genannt, wurde im Jahr 2000 gegründet. Die Landeskampagne Klagenfurt, kurz EGLDCK genannt, wurde im Jahr 2000 gegründet. D 말씀드� Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, das war die Lightface Company, Lagenkur.